Eine wichtige Neuerung in Sequoia 14 ist die Einbindung von Melodyne über die integrierte ARA-Schnittstelle. ARA bedeutet Audio Random Access. Über diese Schnittstelle erhält Melodyne ab Version 4 den vollständigen Zugriff auf die Audiodaten innerhalb eines WIPS. Das gewährleistet die nahtlose Integration von Melodyne innerhalb von Sequoia. Es entfällt das gesonderte Überspielen der Audiodaten in das Melodyne-Plugin, was bisher notwendig war. Über die ARA-Schnittstelle wird die Bearbeitung durch Melodyne in Echtzeit möglich. Zusätzlich erlaubt ARA die einfache Umwandlung von Audiodaten in MIDI-Daten. Bereits im Lieferumfang von Sequoia 14 enthalten ist das Melodyne Essential-Plugin. Damit lassen sich Tonhöhe, Timing und Spektrum von Audiomaterial detailliert bearbeiten. Melodyne kann auch auf mehrere Audioobjekte gleichzeitig angewendet werden. Anhand eines Vocal-Tracks möchte ich einige Möglichkeiten von Melodyne erläutern. Als Objekteffekt lässt sich Melodyne entweder mit rechtem Mausklick auf das Objekt oder über das Menü Effekte unter Punkt Time Pitch aufrufen. Ist Melodyne als Objekteffekt angelegt, so kann das Bearbeitungsfenster einfach mit Doppelklick auf das Audioobjekt geöffnet werden. Da ich auf meinem Rechner die Studio-Version von Melodyne installiert habe, wird diese Version für die Bearbeitung geöffnet. Je nach Melodyne-Version sind die Bearbeitungsmöglichkeiten natürlich umfangreicher bzw. eingeschränkter. Die Audiodaten werden in der Melodyne-typischen Blob-Darstellung angezeigt. Jeder einzelne Blob steht für einen Ton. Die wellenförmigen Linien auf einem Blob zeigen in diesem Fall das Stimmvibrator an. Mit dem Scroll-Werkzeug kann das Ansichtsfenster verschoben werden. Die Tonhöhe eines Blobs kann mithilfe des Tonhöhen-Werkzeugs durch Anwahl und vertikales Verschieben des Blobs geändert werden. Das geschieht zunächst in Halbtonschritten. Durch das Gedrückt-Halten der Alt-Taste ist ein kontinuierliches Verschieben möglich. Die Tonhöhenübergänge lassen sich ebenfalls manipulieren. Am Ende eines Blobs verwandelt sich das Tonhöhen-Werkzeug in ein Werkzeug zum Gestalten der Tonhöhenübergänge. Durch vertikales Ziehen kann die orangefarbene Doppellinie im Verlauf geändert werden. Mit dem Tonhöhen-Modulations-Werkzeug kann der Grad des Vibratos erhöht bzw. reduziert werden. Ein Doppelklick reduziert in einem Schritt auf 0. Ein zweiter Doppelklick springt in die Originalposition zurück. Durch Ziehen mit der Maus sind feinere Abstufungen möglich. Das Tonhöhen-Drift-Werkzeug wird durch vertikales Ziehen mit der Maus angewendet. Mit Doppelklick werden vorherige Verläufe abgerufen. Getätigte Veränderungen lassen sich über das Menü Bearbeiten Unterpunkt Bearbeitungen zurücksetzen wieder rückgängig machen. Mit dem Formant-Werkzeug lässt sich einfach ausgedrückt die Klangfarbe eines Klangs verändern. Z.B. wird durch ein Verschieben nach oben der Klang ins Piepsige bzw. Mickey-Maus-artige verändert. Eine Veränderung nach unten bewirkt das Gegenteil. Mit dem Amplituden-Werkzeug kann der Pegel eines Blobs verändert werden. Das Timing-Werkzeug dient der Änderung der Notenposition und Länge. Es hilft z.B. dabei, rhythmische Unsauberkeiten zu korrigieren. Dabei orientiert sich die Änderung entweder an einem festgelegten Raster oder kann bei gedrückter Alt-Taste kontinuierlich erfolgen. Entscheidend für die Bearbeitung ist, ob der Mauszeiger für das horizontale Verschieben in der Mitte oder am linken bzw. rechten Rand platziert wird. Es findet dann entsprechend eine zeitliche Dehnung bzw. Stauchung statt. Das kann schließlich zum Beschleunigen bzw. Verlangsamen innerhalb einer Note führen. Das Attack-Speed-Werkzeug dehnt bzw. verkürzt den vorderen Teil einer Note. Dadurch wird der Zeitablauf innerhalb einer Note manipuliert. Als Resultat kann der Noteneinstieg härter bzw. weicher klingen. Besonders deutlich wird dies, wenn z.B. zusätzliche sogenannte Time-Handles durch Doppelklick erzeugt und manipuliert werden. Mit dem Noten-Trenn-Werkzeug lassen sich Noten durch Doppelklick darauf trennen. Die Trennung kann ebenfalls durch Doppelklick wieder rückgängig gemacht werden. Abhängig vom gewählten Algorithmus kann eine harte oder weiche Trennung erfolgen. Weiche Trennungen werden durch eine gerade vertikale Linie gekennzeichnet. Bei harten Trennungen erscheint eine Klammer. Mit dem Trenntyp-Werkzeug lässt sich der Charakter der Trennung durch Doppelklick umschalten. Für die schnelle Tonhöhen- und Timingbearbeitung stellt Melodyne spezielle Makros zur Verfügung. In unserem Beispiel wähle ich zunächst das Makro für die Tonhöhenkorrektur aus. Wenn ich nur bestimmte Blobs auswähle, bezieht sich die Bearbeitung auch nur auf diese Blobs. Ist nichts ausgewählt, betrifft die Bearbeitung sämtliche Blobs. In unserem Fall bezieht sich die Bearbeitung auf alles. In dem geöffneten Untermenü kann ich den Tonhöhen-Schwerpunkt und die Tonhöhen-Drift gesondert einstellen. Zunächst der Tonhöhen-Schwerpunkt. Da die Gesangsaufnahme bereits einigermaßen in Tune ist, handelt es sich nur um geringfügige Änderungen. Nun bearbeiten wir die Tonhöhen-Drift. Sehr hilfreich ist die Vergleichsfunktion. Dadurch lässt sich die Qualität der Eingriffe jederzeit auf Tauglichkeit überprüfen. Melodyne ermöglicht es, die analysierten Audionoten als MIDI-Noten im Standard-MIDI-Fileformat zu exportieren. So kann zum Beispiel eine Gesangslinie durch ein MIDI-Instrument exakt gedoppelt werden. Auf diese Weise gewonnene MIDI-Noten eines Audio-Drum-Loops können als Quantisierungsreferenz für andere MIDI-Spuren innerhalb eines Arrangements herangezogen werden. Unter dem Menüpunkt Einstellungen findet sich der Unterpunkt als MIDI sichern. Nach Vergabe eines Dateinamens wird die Datei angelegt. Wenn ich die MIDI-Datei in das Projekt importiere und unter die Vocalspur setze, können wir sehen, dass alle MIDI-Events an der richtigen Stelle sitzen. Alles in allem bietet Melodyne eingebunden über die ARA-Schnittstelle eine sehr komfortable und innovative Umgehensweise mit Audiodateien bezüglich der Tonhöhen- und Timing-Bearbeitung. Einzelner